Willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Wir sind hier in diesem Ballclub und sollen ja diesen Mordfall auflösen, der hier war. Jetzt sollen wir ja hier wieder irgendwie Fragen stellen und ja, Vermutungen aufstellen. Werdenberater. Meine Folgerungen ähneln den Aussagen von Sir Charles. Meine Güte, Sie denken, die Statue war es? Es deutet alles darauf hin, dass der Speer vom Podest ausgeworfen wurde und Mr. Greystoke den Täter nicht bemerkte. Bestimmt. Die Journalisten werden ihre Version lieben, Mr. Holmes. Ich würde gern das Opfer und seine persönlichen Sachen untersuchen. Ja, Sie haben mich immerhin zum Lachen gebracht. Also gut, ich erlaube Ihnen die genannten Untersuchungen bei Scotland Yard, aber nicht mehr. Ich glaube, die Untersuchungen haben wir vorher in der letzten Folge schon gemacht. Shit. Ach nee, Scotland Yard. Okay. Untersuchen Sie die Leiche von Greystoke und seine persönlichen Gegenstände, die sich... Ah, na dann mal auf ins große Polizeihauptquartier. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Hallo, Balaweiser. Bin ich ja wenig müde. Äh, Verzeihung. Ähm, siehst ja solche, äh... Oder kommst halt in solche Gebäude ja... Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Watson. Die Leiche des Opfers liegt bereits im Autopsie-Raum. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Lassen Sie meinen Sohn bitte frei. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Dürfen wir jetzt an dem rumbasteln, oder was? Steht zu Diensten, Mr. Holmes. Steht zu Diensten, Mr. Holmes. Ist das hier Labor? Ich wüsse es nicht, keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir sind hier unten sehr richtig. Ja, hier liegt er. Vorher mal Hände waschen wäre natürlich nicht so schlecht. Bevor wir an so einem Typen da rumbasteln vielleicht noch. Muss er nicht sehen. Vor allem hier hinten liegt noch einer. Oh, nee. Rotes Auge. Womöglich eine schwere Infektion. Sau ist, als würde er irgendwie... ...wiss ich nicht... ...hin aufs Ohr gekriegt haben. Oh. Hier drang der Speer in den Körper ein. Der Mörder zielte auf das Herz. Aber von hinten? Diese Narben sind alt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das war ein kräftiger Wurf. Der Speer hat den Körper glatt durchbohrt. Der Speer muss von einer kräftigen und fähigen Person geworfen worden sein. In seinem Magen wurden Spuren von Alkohol gefunden. Offensichtlich hat er vor seinem Tod noch etwas getrunken. Aha. Im Bericht des Gerichtsmediziners werden spezifische Schäden am Herz-Kreislauf-System erwähnt. Schön am Herz-Kreislauf-System. Okay. Äh. Ich hab doch untersucht oder... Das war ein kräftiger Wurf. Der Speer hat den Körper glatt durchbohrt. Ansonsten ist er an dem... Warte mal, hier war doch gerade noch was. Hier. Nee, doch nicht. Hatten wir ja schon. Hatten wir ja schon. Genau. Hier irgendwo noch was. Am Arsch. Vielleicht. Nee, ne? Das ist so ein armer Mann, noch hier hin und her zu wirken. Oh Gott, nee. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Was sagen Sie, Mr. Watson? Ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Äh. Schreibmaschine vielleicht? Nein. Okay. Raus. Wurde es vielleicht gehen. Aber wir haben ihn doch untersucht. Untersuchen Sie den Mord. Untersuchen Sie die Leiche von und seine persönlichen Gegenstände. Sicher. Ja, wo sind denn die persönlichen Gegenstände überhaupt? Ach, hier drüben, wa? Im Moment gibt es keinen Grund, Lestrade zu stören. Aha. Da geht's schon mal nicht. Vielleicht hier. Ja, hier. Nimmt man zumindest an, dass der von dort aus kam. Das Geld wurde nicht genommen. Ja, das haben wir ja schon bei der Leiche dort untersucht. Ein einfacher Stift. Tissot-Uhr. Schweiz. 1855. Sehr wertvoll. Hat man gelernt. Oh, den kann man drehen. Sieht aus wie eine etwas große Münze, wenn man sich das jetzt mal so anguckt. Hier steht irgendwas. Interessant. Was sind das für Symbole? Ich muss sie abzeichnen. Mit diesem Wörterbuch könnte ich die Kalendergelöfen übersetzen. Das sind die Symbole, die sich auf dem Maya-Kalender befinden. Das sind Greystocks Notizen. Damit müssten wir die Maya-Nachricht entschlüsseln können. Na dann, würde ich mal sagen, tun wir das mal. Äh, haben wir irgendwas, was jetzt hier gerade... Ja, hier ist was. Außer... Außer nur auch. Aha. Also man kann es sich aussuchen. Das heißt, wir müssen nach der Reihenfolge gehen. Wir suchen jetzt etwas, das aussieht wie ein Bär und eine Sonnenblume in der Hand hält. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ah, hier unten. Verflucht krank. Ah, okay. Ähm... Jetzt das, was aussieht fast... Ah, hier. Alle. Ähm... Sieht ein bisschen aus wie ein Ohr, das nächste. Oh, was denn? Ah, hier. Heilig erleuchtet. Das sieht hier aus, als würde sich in die Hände irgendwie rein... Ähm, hier. Sterben. Jetzt wieder so ein komischer Kopf. Äh... Äh... Ich tue jetzt hier einfach mal bloß durch Zufall irgendwas drücken, was mit dem Fall zu tun haben könnte... Oder, ja... Oder was in der Nähe davon liegt. Ähm... Boah. Boah. Bin ich blind? Achtung! Existieren sein, erscheinen. Mach mal mal rein. Jetzt sie hier dieses... Boah. Oh, ne, blüfe jetzt hier wirklich. Kann man sagen. Das ist es nicht. Da oben ist es. Entweinen. Jetzt wieder so ein komisches Gesicht hier mit Augenbraue. Oder Auge mit Augenbraue. Hier. Haus, Tempeldorf. Machen wir mal Tempel. Verschlossen. Jetzt diese komische Brille. Da. Außer nur auch. Machen wir mal außer. Und jetzt den Fisch noch. Dann haben wir es. Erst mal. Geschafft, würde ich sagen. Vorausgesetzt, ich finde den Fisch. Da unten. Gnade für den Untergang. Verflucht alle. Erleuchtet sterben vielleicht. Statur auserwählen. Erscheinen. Ja, auf die Details, ist klar. Ja, auf die Details, ist klar. Verflucht. Vielleicht weniger. Heilig. Heilig. Die Statue ist heilig. So hieß es zumindest, dass die Statue heilig ist. Vergeben. Ähm, vergeben. Vergeben. Belohnen. Vergeben. Sterben. Statue. Auserwählen. Wenn sie diesen ab... Nee, will ich nicht. Ich möchte ja das versuchen zu entschlüsseln. Auch wenn ich nicht der Hälfte bin. erscheinen. Entweilen. Beenden. Reicht. Aus. Ausverschlossen. Lebendig. Ähm. Das könnte... Gnade finden. Nur... Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Hm. Ich würde sagen, wir überspringen dann doch mal hier den Part. Weil ich weiß gerade nicht... So wirklich... Was wir machen sollen. Ich weiß ja nicht, ob die hier... Wenn sie diesen jetzt verlassen wird, ihr Fortschritt... Naja, nicht gespeichert. Naja, also... Escape kann ich auch nicht drücken. Also müssen wir erstmal überspringen. Geht nicht anders. Verflucht seien alle, die entweihen den heiligen Tempel. Sterben werden sie durch die lebende Statue. Nur die Auserwählten werden Gnade finden. Das ist nicht nur ein Kalender, sondern ein Fluch. Zacharias Greystock vom Club wurde wie vorher gesagt getötet. Vielleicht finde ich die Verbindung zwischen Greystock und dem Fluch im Clubhaus. Also... Also einen kleinen Teil hatten wir richtig, wenn ich das so gesehen hatte. Aber nun wirklich nur einen kleinen Teil. Die Hälfte vielleicht, sag ich mal. Oder ein bisschen darüber hatten wir auf jeden Fall richtig. Aber okay. Körperliche Stärken, Maia Kalender, Sir Charles war allein. Fakten über die Tat. Schauen wir mal. Rennende Statue. Sir Charles sah die Statue wegrennen. Oder das, was er gesehen hat, war ein Mensch. Das nehme ich mal er an. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Statue sich dann doch durch Ost bewegen kann. So, Charles war allein. Fakten. Nee, körperliche auch nicht. Maia Kalender auch nicht. Gut. Dann nehmen wir mal Fakten und körperliche Stärken. Nein, auch nicht. Fakten hat mal körperliche Stärken. Maia Kalender. Das hat man auch schon. Das auch schon. Haben wir erstmal nichts mehr zum Zusammenfügen. Nehmen wir mal zu Lestrat und lassen uns ein Durchsuchungsbefehl geben. Wenn das möglich ist. Ja, scheint so. Sag doch mal herein. Nimmst du deine Pillen ein? Oder was machst du da? Ja, natürlich. Mit dem Lauf guckt man auch rein, wenn die Waffe geladen ist. Du bist ein Mond. Ne. Sollten Sie nicht an einem Ihrer Fälle arbeiten, anstatt mich hier zu stören? Auch Ihnen einen guten Tag, Inspektor. Ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ein Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Wollte ich jetzt einfach mal sagen. Oh Gott, der hat auch so eine roten Augen. Haben die alle so eine, äh, Krankheiten? Blut, Wein. Ich nehme mal an, Wein. Blut kann ich mir nicht vorstellen. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, Kragen, Karabatte, äh, ah ja. Kater, fühlt sich, Unwohl, Aspirin steht hier. Kopfschmerzmittel. Kater. Ja, die Pistole, Reinigung der Waffe ist gut gelaunt. Man muss ja was gefunden haben oder so. Handschrift, Brief von Familie Robin. Ein Taschentuch. Kork, die Analyse abgeschlossen. Also bei dem haben wir wieder richtig gelingen. Halt nur bei die zwei war eine ungenaue Analyse. Lestrade ist übermüdet. Er hat in der vergangenen Nacht schlecht oder wenig geschlafen. Er hat Wein getrunken. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Dass er seine Waffe putzt, zeigt, dass er gute Laune hat. Er hat ein Taschentuch als Andenken, das nach Frauenparfümen duftet. Miss Robin, die Frau eines britischen Abgeordneten könnte ein Grund für den momentanen Zustand von Lestrade sein. Da ich nicht ins Clubhaus kann, brauche ich eine andere Beschäftigung. Ach, wissen Sie zufällig, ob Sir Robin in der Stadt ist? Keine Ahnung. Und wie um Himmels Willen kommen Sie darauf, dass ich das wissen könnte? Nun, ich hatte da mal einen Fall. In dem ging es um einen wollüstigen Inspektor. Nein, Sie irren sich. Da ist nichts Unehrenhaftes. Ach, hier, nehmen Sie Ihren Durchsuchungsbefehl. Er hat sich geweigert, Ihnen den Durchsuchungsbefehl zu geben? Oh nein, ich habe ihn bekommen. Ich brauche Sie jetzt eine Weile nicht, Watson. Bis später. Erpressung. Mehr und mehr Erpressung. Fluch. Ah, hier, der Maya Kalender trägt einen Fluch in sich. Der Mord wurde so verübt, wie die Prophezeiung es vorhersagte. Da das Opfer ein Mitglied des Archäologie-Clubs war, sollte auch das Clubhaus untersucht werden. Dafür ist ein Durchsuchungsbefehl nötig. Drückseile sind zum Bohr angraviert. Erfragen. Musst man jetzt ihn erfragen oder wen? Theoretisch, ja. Können wir nochmal rein? Im Moment gibt es keinen Grundlässt. Dann würde ich sagen... Mr. Holmes. Mr. Holmes. Äh... Wir gehen mal zum Clubhaus. Warte mal, das war das Falsche. Hier. Also ich habe eher das Gefühl... Ja, weiß ich nicht. Noch kann ich nicht sagen, weil der Fall fängt ja gerade erst mal an. Immer spannend, ja. Was macht denn ihr hier? Oh, Mr. Charles. Ein Mord in seinem Club. Einfach strecken. Hier ist das Blut. Da haben sie ihn weggeschafft. Wo ist der Maya Kalender? Keine Ahnung. Dann geben wir ihm mal hier den Durchsuchungsbefehl. Sir Charles, ich habe einen Durchsuchungsbefehl und möchte einen Blick in das Clubhaus werfen. Gut. Hier, der Schlüssel. Aber ich protestiere. Das interessiert ja keinen. Außer die Flöhe natürlich. Greystoke soll durch den spätten Stadten gestorben sein. Dann haben wir aufschließen und hinein ins Vergnügen. Das könnte sich vielleicht... spaßig werden. Ah, Sir Charles war einst Hauptmann der Armee. Mhm. Der 50. Geburtstag von Lord Stevenson. Wer ist das denn? Jetzt schon wieder... Guckt hier erstmal irgendwas hinzu. Was man gar nicht kennt. Charles Yellingham hat eine große Familie. Äh... Ist das denn sein Schreibtisch hier, wo wir gesessen haben? Ich nehme es mal an. März 1881. Juwelier Ness und Söhne. Sir Charles Yellingham. Wir bestätigen den Erhalt Ihres Verkaufsgegenstands. Ein 458 Gramm schwerer Teil einer Massivgoldstatue aus Guatemala. Wir erklären uns damit einverstanden, diesen Gegenstand zu erwerben. Der fällige Betrag wird innerhalb von 48 Stunden nach Zustellung dieses Briefs gezahlt werden. Obwohl diese Transaktion vollkommen legal ist, versichern wir Ihnen, dass die gesamte Angelegenheit vertraulich behandelt wird. Aha. Schwerer Teil einer Massivgoldstatue. Das andere war ja, wo es Metall hat, muss ich sagen. Aber okay. Sehr geehrter Herr Charles, hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass wir eine weitere Tranche auf das... Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. ...auf das Konto Ihres Clubs überwiesen haben. Allerdings wurden aufgrund früherer Verzüge die Zahlungsperiode auf einen Monat und die Kreditsumme auf 1000 Pfund reduziert. Falls Sie weitere Informationen über Ihr Konto benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Direktor unserer Bank, Mr. Black, Buchhalter bei Lloyds Bank. Schlüssel, genau. Vor 14 Jahren hat Sir Charles einen Großteil der Massivgoldstatue in Guatemala verkauft und eine beträchtliche Summe dafür erhalten. Mhm. Da ist ein Riss in der Wand, wa? Hm. Interessiert vielleicht nicht, aber mal wer weiß. So. Mein Gott, wer ist das denn? Hier haben wir noch ein paar Bilder. Expeditionen. Einer von denen, wa? Wer dieser Mann wohl ist? Das ist Sir Charles Yellingham, der Direktor des Clubs. Das war dieser Zeke, war ja... Und wer ist das? Keine Ahnung. Können wir leider nicht... ...herausfinden. Ansonsten würde es halt hier jetzt noch weitergehen. Was haben wir denn hier noch? Oh, Schmuck. Die Sammlung des Verstorbenen, Mr. Brumsby. Brumsby. Okay. Sir Percival Blinkhorn. Aha. Die Sammlung des Verstorbenen, Mr. Blinkhorn. Was ist denn hier? Die Sammlung des Verstorbenen, Mr. Smith. Oh. Die Sammlung des Verstorbenen, Mr. Sutherland. Sutherland. Aha. Die Sammlung des Verstorbenen, Mr. Robert. Robert sagt mir irgendwas. Komm bloß nicht drauf. Das sind also diese ganzen Sammlungen, diese Verstorbenen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns die hässlichen zwei Sachen beim nächsten Mal an. Und wir machen jetzt erstmal hier Schluss, denn die Zeit ist nämlich auch schon wieder um. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao. Ciao.